Um was geht es? Mein Name ist Scholl. Ich wohne in der Herzogmarkstraße Nummer 10, da wo die Apotheke ist. La Housa. Herr La Housa, ja, ist mein Onkel. Ich wohne bei ihm. Ja? Er ist verschwunden. Was heißt verschwunden? Naja, er taucht nicht mehr auf. Das heißt es. Wissen Sie, wir haben es jetzt ein paar Minuten nach eins. Er sagte mir, wenn ich bis zwölf nicht wieder da bin, dann geht es zur Polizei. Fangen Sie Ihre Geschichte mal von vorn an. Ja. Also, vor drei Tagen ist eine Frau verschwunden. Sagen Sie mal, wovon reden Sie denn? Von einer Entführung? Ja. Wenn Sie so wollen, ist das eine Entführung. Wissen Sie, für mich hört sich das Ganze auch ein bisschen komisch an, aber die Tatbestände rechtfertigen wohl diese Bezeichnung. Ist der Vorgang bekannt bei uns? Oh nein, nein. Das ist eine ganz jungfräuliche Geschichte. Herr LaHouser sagte mir kein Wort zur Polizei. Er hatte eine höllische Angst um seine Frau. Ich kann nicht die Tatbestände ab Clinic ausprobieren. Vielen Dank.